Mein Name ist Christoph Hefliger, ich bin der Praxis Medasia in Rotenburg und ich mache eine Akupunktur. Ich brauche das Programm Praxis schon seit dem Jahr 2017 und ich bin sehr gut damit zufrieden. Ich kann damit Termine erfassen, ich kann damit die Patientendaten erfassen und die nachher per PDF gut in eine Übersicht bringen. Ich kann sie auch ausdrucken und ich kann damit sehr gut Rechnungen schreiben. Es ist ein Programm, das mir die Praxisalltag erleichtert. Es ist ein Programm, das mir sehr viel Zeitersparnis gebracht hat.